Widerstandsnester, so hat Kulturstaatsministerin Monika Grütters die kleinen Theater in Deutschland genannt. Orte, an denen Weltoffenheit und Toleranz gelebt und verteidigt werden. Wie wichtig sie sind, zeigt sich auch daran, dass die UNESCO die deutschen Theater sogar mit auf die Liste des sogenannten immateriellen Kulturerbes genommen hat. Gerade in den ostdeutschen Regionen, in denen Pegida und Co. derzeit lautstark Stimmung machen, stemmen sich viele Theater gegen Einschüchterung und Fremdenfeindlichkeit. Für dieses Engagement erleben die Schauspieler allerdings immer häufiger Anfeindungen, so wie diese Künstler, über die Chris Hums und Axel Zweler berichten. Tyson Rush singt Schubert, die Winterreise, in den Proberäumen einer Musikschule in Berlin. Weit weg von den Bühnen in Thüringen. Seine Festanstellung dort hat er gekündigt. Wegen rassistischer Anfeindungen. Es war zum Beispiel im Wirtshaus und auf der Zugfahrt von Leipzig nach Gera, wo man dann als Neger im Viehtransporter betituliert worden ist. Als Neger im Viehtransporter? Ja, korrekt. Ich konnte irgendwann nicht mehr unterscheiden, ab wann ist es eine aggressive, laute Meinung, was heute scheinbar auch ein Trend ist. Und ab wann kann das kippen in Gewalt? Tyson Rush arbeitete in einem Bühnenensemble, das sich für Flüchtlinge einsetzt. Dunkler Teint und politische Haltung. Für ihn wurde es zu ungemütlich. Wann war bei Ihnen der Punkt erreicht, dass Sie gesagt haben, so, jetzt ist Schluss. Für mich war ein großes Ausrufezeichen, als es einen offiziellen Theaterboykott-Aufruf gab. Das Theater zu boykottieren. Dies fordern Anhänger des Bürgerforums Altenburger Land, denen, ähnlich wie Pegida, die ganze Flüchtlingspolitik nicht passt. Ich rufe alle, die gegen diese Politik sind, dazu auf, diese Institutionen, das Theater in Altenburg und das Lindenau-Museum zu boykottieren. Veranlasst alle, die ihr kennt, diese beiden Institutionen zu boykottieren und zeigt ihnen, woher das Geld kommt, mit dem sie ihre Miete bezahlen. Diesen Zaun bekamen die vom Staat bezahlten Theaterleute zu spüren. Sie sollen gefälligst den Mund halten, sich nicht für die Flüchtlinge in Altenburg einsetzen und sich nicht dem angeblichen Volkswillen entgegenstellen.